So, zweiter Versuch. Zweiter Versuch, warum? Worum geht's? Ich habe das alles gestern schon mal aufgenommen, was ich euch heute erzählen möchte und es ist aus drei Gründen in die Grütze gegangen. Erstens ist es viel zu lang geworden. 45 Minuten lang wollte ich euch echt nicht voll labern. Ich bin ja nicht der Held der Steine. Zweitens, ich habe es mit der Action Cam versucht, damit ich mein Handy als Kontrollmonitor habe und der Ton von dem Ding ist leider wirklich nicht gut. Das klang einfach fürchterlich. Eine Probeaufnahme hätte geholfen. Und drittens habe ich vergessen. Ist auch egal. Ich mache das nochmal. Ich möchte euch gerne meinen MT410 umgebaut zu einem MT48, weil er das lange Chassis vom ET48 III hat, vorstellen. Ich möchte vorher eine Sache als Vorwort sozusagen ausdrücklich betonen. Ich möchte nicht in Konkurrenz treten zu das Silver und Addicted RC und Multilaser und wie sie alle heißen. Ich möchte hier keinen neuen RC-Channel aufmachen und ständig irgendwelche Autos vorstellen. Kann ich gar nicht, will ich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Viele, viele Tipps habe ich von diesen Herrschaften. Was ich euch vorstellen möchte, ist mein ganz persönlicher MT48. Das ist jetzt gerade die endgültige Ausbaustufe, mit der ich total glücklich bin. Und warum das so ist, das möchte ich euch gerne erzählen. Das ist eine Evolution, die findet seit letztem Oktober statt. Und es hat sich doch einiges verändert. Ich habe viel gemacht und auch viel ausgegeben. Das meiste Gott sei Dank zu Recht. Aber da waren auch ein paar Sachen dabei, die eben nicht unbedingt notwendig sind, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und auch dazu möchte ich gerne ein paar Takte loswerden. Damit das Ganze kein Laber-Rhabarber wird, habe ich mir einen kleinen Fahrplan hier gemacht. Ein paar Punkte, die ich durchsprechen möchte. Einmal möchte ich was zum Chassis sagen. Welche Braces machen Sinn. Dann möchte ich was zu den Reifen sagen. Dann was zu den Bumpern. Dann kommt die Elektronik einmal kurz. Und dann kommt was zu der Kourosserie. Und zum Schluss kommt noch was zu den Dämpfern. Ich werde auch diese einzelnen Punkte nachher noch verlinken im Video, dass ihr dann auch direkt da hinspringen könnt. Und ich habe mir auch einen kleinen Notizzettel gemacht, damit ich nicht alles dreimal erzähle. Oder zweimal oder fünfmal. Das weiß man bei mir nie so genau. So, Vorwort zu Ende. Fangen wir an. Hallo. Das hier ist mein MT48, auf den ich echt stolz bin und der mir richtig viel Freude macht. Ganz am Anfang hatte ich ein oder zwei kleine Schäden, als ich ihn neu hatte im Oktober. Das lag erstens daran, dass ich noch gar nicht mit dieser Macht umgehen konnte. Das lag zweitens daran, dass die Temperaturen sehr kalt waren. Und dann einfach das Material, das habe ich gelernt inzwischen, tatsächlich weniger flexibel ist und weniger verzeiht, wenn man schlecht landet. Schlecht landen tut man als Anfänger sehr häufig. Und damit fangen wir auch schon an. Ich habe festgestellt, dass der MT410 genauso gut ist, wie alle immer behaupten. Aber er entsprach nicht so ganz meinem ganz persönlichen Fahrstil. Mir war er zu flippig. Also das, was die Leute daran lieben, das, was die Leute damit machen, ist super. Aber ich fand es ein bisschen anstrengend und bin relativ schnell dahin gekommen, dass ich ihn lieber als Truggy gehabt hätte. Was habe ich gemacht? Chassis. Das ist von Melzer. Es ist einfach das lange Chassis. Das ist ein Prototyp, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Den habe ich ihm abstauben können. Zusammen mit der Brace hinten, die sieht man hier schön, die lange Brace aus Alu, einfach als Ersatz für die aus Kunststoff. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich an echter Versteifung drin habe. Eine Sache ist absolut entscheidend, sieht man das jetzt in dem Licht, und zwar hier, diese Lenkabdeckung hier vorne. Die ist im Original aus Kunststoff, im MT wie im ET. Und gleich eine der ersten Nasenlandungen, die ich hingelegt habe, hat dafür gesorgt, dass diese Schraube hier in der Mitte ausgerissen ist. Und dadurch, dass die ausgerissen ist, ist das Chassis halt, oder hat geflext, und zwar etwas mehr als es sollte. Und gleich nach dem ersten Akku war die Welle krumm. Ich habe mir die von Allracing bestellt, beziehungsweise ich habe sie über den Octay, der auch die Bumper herstellt, bei ihm bestellt. Das ist aber die von Allracing. Und seitdem ist Ruhe. Dadurch kann das nicht mehr so doll flexen. Ganz wichtige Brace. Eigentlich sogar eins der wenigen Dinge, die man beim MT wirklich tauschen sollte. Also vieles ist nice to have, ganz wenig ist must have. Das ist eins davon. Kostet wirklich kleines Geld, 10 Euro oder sowas, das ist wirklich jeden Cent wert. Wenn wir bei den Must-Haves sind, kommen wir auch gleich zum Alu-Servo-Horn. Und das wird auch gleich mitverkauft von dem guten Michael Geron, vom Microspeed. Der sagt auch gleich, nimm das Alu-Horn dazu, mehr brauchst du nicht. Stimmt an der Stelle tatsächlich. Das Plastikding knackt wohl gerne mal weg. Ansonsten habe ich als Mittelbrace, sieht man das hier, ganz bisschen sieht man es. Da unten ist dieses kleine silberne Teil drin. Ich habe das irgendwann aus Versehen mal ein zweites Mal gekauft. Das ist dieser Center Stiffner. Das ist ein ganz kleines Teil von MMM, ist das glaube ich. Das wird zwischen die beiden Kunststoff-Braces gesetzt und versteift das ein bisschen, sodass ein bisschen weniger Flex stattfindet, aber immer noch stattfindet. Ich habe auch noch die hier geordert. Das ist das, was die meisten fahren. Die ist toll, die hat sich bewährt. Da schwören die meisten drauf. Ich finde sie tatsächlich gar nicht mehr notwendig. Meine krumme Welle habe ich wieder gerade gedengelt. Ich fahre immer noch die Originale und seither ist nie wieder was passiert. Dieser Center Stiffner und die Plastik-Braces sind natürlich auch noch mal ein Stück leichter. Weil Gewicht ist auch eine Sache. Ich kann das Ding aufrüsten wie ein Panzer, dann habe ich aber auch ein Panzer. Eigentlich macht den MT hier aus, dass er eben nicht ganz so schwer ist wie viele andere. Deswegen muss man irgendwie so einen Mittelweg finden. Und für mich ist es der, ich habe sie liegen. Wer weiß, ob ich sie irgendwann gebrauche. Passt in den MT oder in den ET. Bisher nicht. Komme ich gleich zu dem guten Stück hier. Das ist die Welle. Die ist auch von Octay. Ich habe sie mal bestellt. Ich hatte sie drin. Sie ist technisch und qualitativ. Über jeden Zweifel erhaben. Sie ist aus V2A. Sie ist unkaputtbar. Und ich habe sie mir gekauft, nachdem mir die Originalwelle krumm gegangen ist. Einfach nach dem Motto, das soll mir nicht wieder passieren. Habe dann aber nochmal überlegt. Bin in mich gegangen und habe mir folgendes überlegt. Wenn diese V2A-Welle unzerstörbar ist und heil bleibt, wo die Originale sich verbiegen würde, wo geht dann die Kraft hin? Nämlich nach vorne und nach hinten in die Diff-Outs. Das heißt, ich weiß es nicht. Also ich habe noch nichts dergleichen gehört. Aber wenn die wirklich so einen Schlag kriegt durch so viel Flex, dass die in die Diff-Outs knallt. Was ist mir lieber, dass die Originalwelle kaputt geht, für 19 Euro nachzukaufen oder dreimal wieder gerade gebogen? Oder dass mir irgendwas in einem Differential kaputt geht? Die Frage habe ich mir gestellt. Die Frage habe ich mir beantwortet. Ich fahre die Originalwelle seit November letzten Jahres und da ist nie wieder was mit passiert. Also dieser Flex, der mir das Chassis verbogen hat, kam wirklich durch die gebrochene Plastikabdeckung. Und dann wären da noch die Dämpferbrücken. Die sind auch von Melzer. Die sind 6 mm stark statt 4. Und nochmal eine Ecke stabiler als die ohnehin schon guten Originalen. In der Tat habe ich davon aber auch eine krumm bekommen. Das muss auch gleich am Anfang passiert sein. Ich habe es erst ein bisschen später gemerkt. Bei einer üblen Hecklandung kann das schon mal passieren. Man kann die gerade kloppen. Die ist nicht so krumm, dass sie Schrott ist. Aber mich hat das tatsächlich irgendwie genervt. Und als ich eh dabei war, den auf lang umzubauen und mich mit dem Dennis Melzer dann sehr nett unterhalten hatte, über den Chat habe ich mir die gleich mit dazu bestellt. Und das ist so das Komplettpaket geworden. Ah, habe ich hier auch noch liegen. Hinten. Vorne. Habe ich abgebaut. Machen wir gleich damit weiter. Warum habe ich die abgebaut? Die sind natürlich dafür, da den Unterboden zu schützen. Sie versteifen oder zumindest die hintere sicherlich auch noch ein bisschen. Aber das ist nicht der Hauptzweck und Sinn. Brauche ich nicht. Ich habe mir einfach von Ikea, da gibt es auch ein Video zu, eine Plastik-Bürostuhl-Unterlage geholt. Habe die mir mit einer Stichsäge zurechtgesägt. Habe die ein bisschen mit Doppelklebeband fixiert. Und ich habe einen kompletten Unterbodenschutz. Nicht, dass mir das Alu leid tun würde, aber ich finde es immer lästig, die Schraubenköpfe sauber pulen zu müssen, wenn man da mal ran will. Hier bleibt alles sauber und kratzfrei und man nimmt es einfach runter und bappt es hinterher nach dem Warten wieder dran. So oft muss man da ja auch nicht ran. Das eine wiegt so viel wie das andere. Da habe ich also nichts gewonnen und nichts verloren. Außer, dass ich eben diesen glatten Unterboden habe, halte ich eine ganze Menge von. Ja, das ist tatsächlich alles, was ich an Versteifung verbaut habe. Wo kommen wir als nächstes zu? Zu den Reifen. Ein absolutes Kernstück, wie ich als Anfänger, der ich immer noch bin, festgestellt habe. Denn nichts verändert das Fahrverhalten so sehr, wie die Wahl der Reifen. Ich kann das Ding hochritzeln, runterritzeln. Ich kann die Motoren schärfer da einbauen und da einen zahmeren Motor nehmen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sowas hier fahre. Das ist der T-Pro Highlander oder ob ich so einen Coralie Gripper fahre. Ich mag die T-Pro Highlander sehr gern. Das ist dasselbe Profil wie die Louis Apollo. Es ist exakt derselbe Reifen oder der gleiche Reifen. Unterschied ist, von T-Pro gibt es Discfelgen, von Apollo gibt es Sternfelgen. Hier ist der Felgeninnendurchmesser größer. Dadurch passt dieses Teil sehr wohl auf die Vorderachse von einem MT oder von dem Truckee, da wo die Apollo an der Lenkung anecken. Da muss man den Lenkeinschlag begrenzen, damit die vernünftig funktionieren. Musst du bei denen hier nicht. Die hier sind nicht flippig, aber die fahren auf Kunstrasen toll, die fahren auf Schotter toll, die fahren auf Wiese toll. Das sind ganz klassische Truggy Reifen. Die balloonen so gut wie gar nicht. Da kannst du nicht mit flippen, da kannst du aber richtig schön kontrolliert mitfahren. Die stressen die Mechanik nicht, die stressen den Motor nicht, die halten eine ganze Weile. Das sind immer noch die ersten hier. Und die kosten als kompletter Satz, lass mich lügen, 19,90 Euro zwei Stück, 40 Euro knapp. Du hast einen kompletten Satz Reifen. Toll. Also als Universalreifen oder wenn man es mal ruhiger angehen lassen möchte, meine erste Wahl. Ich habe die Badlands 3.8. Ich habe sie mir gekauft, weil sie mir alle empfohlen haben, als so ziemlich die Reifen. Ja, das sind die Reifen, aber das sind die scheiß Reifen für mich. Sorry, ich weiß nicht, was ihr alle damit habt. Mich nerven die kolossal. Vorteil ist, man kann diese Mitnehmer hier drin austauschen. Die sind geschraubt. Nachteil ist, das ist auch notwendig. Da ist mir jetzt schon das zweite Mal mittlerweile so ein Mitnehmer innen drin gerissen. Ja, die kannst du nachkaufen für 9 Euro. Nein, das sind 9 Euro, die ich eigentlich nicht ausgeben möchte. Was soll der Scheiß? Das zweite ist, die haben halt ein Offset, das weiß man. Die haben halt, also das heißt, die gucken sehr weit nach innen raus hier und machen den Wagen extrem breit. Der MT ist sowieso schon sehr breit und quadratisch, wenn man ihn nicht als LWB, als Long Wheel Base fährt, wie ich. Der wird damit noch breiter. Oder mir optisch zubereit. Ich finde es wirklich nicht schön. Wäre alles kein Grund, die Reifen nicht zu kaufen. Was mich wirklich richtig annervt an den Dingern. Ständig löst sich die Verklebung. Also die sehen ja auch nicht mehr so hübsch aus, weil ich die ständig am Nachkleben bin. Also mittlerweile an drei Reifen auf beiden Seiten, irgendwo lösen die sich immer. Und der wird nicht an 6S bewegt. Der wird nur an 4S gefahren. Meistens von meinen Jungs, die auf ihrem Corali-Joguna mit unterwegs sind. Und irgendwie ist mit diesen Reifen immer irgendwas. Die Balloonen stark, sie lösen sich, sie gehen kaputt. Ich weiß nicht, dafür, dass die fast 100 Euro kosten, das darf man gar keinmal zählen, finde ich das nicht okay. Was fahre ich? Hier drauf sind fast baugleiche Reifen. Das sind die D-Boots von Arma und zwar die Backflip LP. LP ist ganz wichtig. Das heißt nämlich Low Profile, nicht zu verwechseln mit den MT, die auch für 6S oder was geeignet sind. Die sind erstens teurer. Zweitens sind die so groß wie die Gripper und dann auch noch 50, 60 Gramm schwerer. Ich mag das nicht. Ich finde die hier super. Die haben ungefähr das Fahrverhalten von den Badlands. Sie haben kein Offset. Sie sind bis jetzt noch nicht kaputt gegangen. Die Klebung hält, das Profil hält. Geile Reifen. Und da kostet ein ganzer Satz 60 Euro. Also für mich sind das überhaupt die Basher Reifen im Moment. Absolut. Die Gripper habe ich kurz schon ins Bild gehalten eben. Habe ich auch. Ja, die halten. Ja, die funktionieren. Wenn ich Stunts machen möchte, wenn ich flippen möchte, dann kann man die drauf machen. Das klappt mit denen echt aus dem Stand. Mir sind sie zu nervös. In Verbindung mit dem MT, also mit dem kurzen Chassis, sind die wirklich böse. Also ich will die nicht schlecht reden. Die Leute lieben sie, die sie kaufen. Ich ganz persönlich komme damit nicht klar. Mir wird das Auto damit viel zu unstabil in der Luft. Einerseits reagiert es wirklich auf kleinste Gasstöße in alle Richtungen. Andererseits ist genau das für mich das Problem. Die hier kann ich fahren. Mit denen hier mache ich einen Backflip, auch wenn er lang ist. Sogar bei mir im Garten mit der flachen Rampe. Da gibt es auch ein Video zu mittlerweile. Super. Meine Reifen. Bumper. Octay. Der hier ist neu. Den ihr hier vorne seht. Ich finde den einfach schick, weil ich eine Käfercaro fahre. Und diese eine Strebe, dieser Bulldozer-Stoßhänger, der sieht einfach elegant aus. Vorher hatte ich den klassischen Octay-Bomper drauf. In einer relativ einfachen Ausbaustufe. Ich wollte ihn gerade zeigen. Aber ich habe ihn irgendwo... Doch, das ist der originale. Hier ist er. Den hier hatte ich vorher. Der ist immer noch heil. Hat sich jetzt ein bisschen verformt da. Das obere Stück, weil der wirklich ein paar Mal übelst, übelst auf der Nase gelandet ist. Aber diese Schaufel ist einfach nicht sehr elegant. Und das sieht am Käfer einfach nicht gut aus. Um das Auto zu schützen, super, kann ich nur empfehlen. Mir ist noch keiner davon kaputt gegangen. Das hier ist optisch für mich der Knaller. POS, Octay. Was ist besser? Keine Ahnung. Ich hatte bisher nur die. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Also werde ich das auch sagen. Was gut ist über diese. Elektronik. Immer ein wichtiges Thema. Ich fahre den Max 8 Regler. Ursprünglich hatte ich in dem Wagen drin von Arma den alten BLX Motor. Der hat nur 2050 KV. Im Gegensatz zu dem, der zum Max 8 dazugehört. Bei 2200. Der tut seinen Dienst. Der ist super. Den kann man ein bisschen höher ritzeln, weil der einfach durch die niedrigere KV-Zahl dafür geeignet ist. Der hat mir jetzt wirklich die ganze Zeit viel Spaß gemacht. Ich bin nur schwach geworden, als ich bei Ali für einen Fuffi diesen Mamba China Castle entdeckt habe. Ich habe ihn gekauft aus purer Neugier, weil ich einfach wissen wollte, ob der jetzt was taugt oder nicht. Ist das ein Klon oder nicht? Kann ich dir nicht sagen. Aber er funktioniert. Und zwar richtig gut. Ich habe gerade heute ein Video online gestellt. Kurz im Garten mal probiert. Backflips mit diesem LWB Chassis. Bei mir im Garten, der eigentlich zu kurz dafür ist, mit viel zu flachen Rappen. Funktioniert. Ging vorher nicht so gut. Der Motor bleibt kalt. Bin begeistert. Kann ich gerade nur empfehlen. Was immer das für einer ist, wo immer der herkommt. Ich finde den super für das Geld. Kann man wirklich nicht meckern. Max 8 Regler. Habe ich schon gesagt. Servo. Ich hatte drin die Standardempfehlung von Corali. Den 52-26. 56-22. Ihr wisst, wer ich meine. Jetzt ist es ein SRT BH 9032. Denn das Corali Servo ist mir tatsächlich kaputt gegangen. Nach relativ kurzer Zeit. Das Getriebe hat ein paar Zähne gefressen. Kannst du ihn nachkaufen. Habe ich gemacht. Habe ich liegen. Ich kann den also wieder reparieren. Aber ich bin ein bisschen genervt davon, dass ein 70 Euro Servo kaputt geht. Nach. Ich weiß es nicht. Ich mache damit nicht solche wilden Sachen wie Mick, das Silver und Co. Wirklich nicht. Das seht ihr in meinen Videos. Hier sind, was das angeht, echt unspektakulär. Und dass da der Servo nicht mal ein halbes Jahr hält, fand ich irgendwie blöd. SRT. Kein Ärger mehr damit. Ich habe den Servo Saver fast zu. Der macht wirklich nicht mehr viel. Der schluckt bis jetzt alles. Es gibt dann noch eine Variante. Die habe ich im Shogun drin. Noch eine billigere. Das ist von JX-BLS. Ein China-Servo. Kostet sogar nur 59 Euro. Gibt es bei Team Undercover zu kaufen. Und wäre jetzt meine Wahl, wenn ich den da schon gekannt hätte. Lüfter habe ich ausgetauscht im Max 8. Da ist ein Rocket von Surpass drin. In einer 30 mm Version. Gibt es auch bei Team Undercover. Der macht so viel Wind, dass das Ding klingt wie ein Flugzeug. Echter Hammer. Die gleiche Version als 40 mm habe ich mir hier oben drauf gebaut. Die Halterung ist von Melzer. Das ist die Universalhalterung. Die hat Löcher für 30 und 40 mm Lüfter. Finde ich ganz praktisch. Dann kann man da einfach drauf schrauben, was man liegen hat. Und muss nicht danach gehen, was die Halterung einem vorschreibt. Die Dinger halten ja nicht ewig. Und dann kann man halt schnell austauschen. Apropos schnell austauschen. Hier sieht man es. Ich habe mich einfach in eine Kupplung reingebaut. Es gibt so eine kleine Kupplung, die auch Männchen-Weibchen mäßig in den Empfänger gesteckt werden. Und dann kannst du hier den Lüfter direkt vor Ort tauschen. Da muss man den nicht auf den Empfänger stecken. Und muss dann immer gleich den Deckel abschrauben, wenn man da mal was tauschen muss. Ich habe mir so einen Y-Adapter da rangebaut. Ich habe sogar noch einen Stromanschluss frei liegen. Da kann man sogar noch Lampen anbauen. Habe ich auch gemacht. Stelle ich dem jetzt auch noch vor. Sieht mit der Käferkarot ziemlich cool aus. Fernsteuerung, nur ganz kurz was dazu gesagt. Ich fahre eine MT4. Meine Jungs fahren noch die günstigen Fly Sky GT3C. Die tun es. Ja, viele sagen, bashen kannst du mit allem irgendwie. Stimmt. Ich habe mir die MT mal geholt, weil ich auch drifte. Da brauchst du wirklich Präzision ein bisschen. Und vielleicht eine Gaskurve, die man einstellen kann. Und ich muss sagen, den Unterschied merke ich sehr wohl. Auch hier, wenn ich den Shogun fahre, ist das immer alles ein bisschen weniger präzise. Ja, es ist der Shogun, es ist kein Techno. Aber es kommt eins zum anderen und die Funke macht auch nochmal einen Unterschied. Und zwar einen, den man spürt. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ist aber so. Wo ich das Rot blinken sehe, vielleicht noch ganz kurz was zum Differenzial. Man braucht nicht das Alu-Gehäuse von All Racing, was da drin ist. Das ist gut, das Plastikgehäuse von Techno. Ich habe das irgendwann mal mitbestellt, um unter irgendeine Bestellgrenze zu kommen. Glaube ich. Ich habe es dann auch verbaut. Alles gut. Das Stahlritzel habe ich auch verbaut. Direkt bei Microspeed bestellt. Braucht man auch nicht, denn das Plastikritzel ist auch super. War auch so eine Folgebestellung. Jetzt hatte ich das aber hier liegen und hatte irgendwie von dem Originalritzel oder von dem Originalcentertiv Zahnrad und Gehäuse liegen und denke, Mensch, das ist ja auch blöd. Habe mir die Innereien nochmal bestellt und habe mir das Originaldifferenzial wieder aufgebaut. Das habe ich hier liegen. Kugellager, alles nochmal. Warum? Ganz einfach. Hier ist 30k Differenzialöl drin. Der Trick ist wahrscheinlich auch nicht neu. Ich glaube kaum, dass ich das erfunden habe. Aber wenn ich wirklich mal Strecke fahren möchte oder einfach volle Kontrolle über das Auto haben möchte, dann baue ich das Diff kurz ein. Das geht beim Techno nämlich unfassbar schnell. Also ich muss hier einfach nur vier Schrauben lösen. Gut, in meinem Falle sechs, weil die Abdeckung da oben noch drauf ist. Aber diese beiden Schrauben lösen, diese beiden Schrauben lösen. Normalerweise kann ich das abnehmen, Diff tauschen. Das ist in zwei Minuten gemacht. Hier drin ist 100k Öl. Demnächst werde ich mal 200k ausprobieren zum Bäschen. Ganz einfach deswegen, damit eben beim Vollgas geben, wenn der dann vorne hochgeht, was er dann ja auch tut, die ganze Kraft eben nicht nach vorne wandert. Das tut sie nämlich bei zu dimmen Öl. Das ist ja das Problem auf der Strecke, wenn der Wagen in der Regel mit vier Rädern am Boden gefahren wird, ist es eher hinderlich, weil er einfach weniger handlich dadurch wird. Kannst du ja mal kurz durchtauschen. Total praktisch, finde ich zumindest. So, jetzt haben wir das auch alles durch. Lüfter, habe ich gesagt. Staubschutz kann ich auch nochmal verlinken unten. Das habe ich für 1,70 Euro in so einem Elektronik-Shop gefunden oder wissensweise in einer Facebook-Gruppe gefunden, der den Tipp dort gegeben hat. Perfekt. Passt richtig, richtig gut. Ist total stabil. Kostet nicht viel. Keine Steine rein. Alles gut. So, jetzt kommen wir mal zur Karosserie, die ich hier irgendwo aufliegen hatte, aber jetzt gerade nicht mehr habe. Super. Ich mache mal kurz Pause. So, Pause zu Ende. Karosserie gefunden. Ich stehe ja auf diese Käfer-Karo. Das ist die Pro-Line 3238-62. Ich weiß es mittlerweile. Eigentlich passt die richtig, richtig gut auf dem MT410, auf die Original-Halter, die man übrigens auch aus TPU bestellen soll, bei Blumenberg. So, und jetzt ist normalerweise alles gut beim MT4. Hinten die beiden flachen Stellen, passt. Geht aber nicht. Bei mir sind die Dämpferbrücken dahinter. Aber, diese beiden flachen Stellen, die man hier bohren oder nutzen kann für die Karo-Aufhängung, sind so breit, wie die MT410-Aufhängung normalerweise auch ist. Bei dem ET hast du ein Problem. Da hast du in der Mitte nur diese kleinen Aufhängungen. Die sind, glaube ich, schmaler zusammen. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ich hatte also nur das Problem zu lösen. Wie kriege ich das Ganze hier weiter nach vorne? Und wie ist das stabil? Ich habe mir einfach von einem, ja, die normalen Halter, die es gab, die habe ich hier oben abgesägt, habe die durchgesteckt, festgeschraubt. Und das, was ihr hier seht, die sind vom Corali, vom Shogun, die V1. Die haben normalerweise sind die hier lang und unten mit dem Chassis verschraubt. Das ist eigentlich eine schöne Lösung. Die habe ich einfach abgesägt, weil ich habe eh die V2 verbaut und habe quasi die eigentlichen Mounts dann mit zwei Schrauben direkt an der Aufhängung fixiert. Das hat wunderbar gepasst, habt ihr gerade schon gesehen. Hatte aber den Nachteil, dass das Ganze natürlich durch den Hebel hier relativ leicht zu verbiegen war. Vor allen Dingen, weil das beim MTH nur hier an diesen Aufnahmen aus Kunststoff hängt. Also habe ich mir ein Stück Kunststoff besorgt. Und ein großes Stück, dieses hier, 40x40, 1 cm breit, weil ich keinen 3D-Drucker habe. Das nehme ich immer und wenn ich mir irgendwo eine Versteifung bauen möchte, dann säge ich mir da was raus und kann dann quasi 3D-Druck simulieren. Und habe mir dieses Dreieck hier kurz zurecht geschnitzt, habe das da untergesetzt, das stützt sich auf dem Differenzialgehäuse ab. Und dadurch hat das Ganze hier eine ziemlich gute Steifheit und schont quasi die Aufhängung, schont die Mounts und das Ganze ist wirklich besser-tauglich. Die Karo ist es eigentlich nicht. Viele sagen, die geht sofort kaputt. Ich habe hier wirklich jetzt von Anfang an drauf. Ich stehe auf Glasfaser-Gewebeband. Der gute Universal-Tipp als Bindemittel ist für mich Patex One-For-All Universal. Das ist ein weißes Schmierzeug, ist ein Montagekleber. Der greift das Plastik nicht an. Der lässt sich, wenn man die Finger ein bisschen feucht macht, ganz wunderbar auf diesem Glasfaserzeug verschmieren, ohne dass es das anlöst. Das Patex 100%, was auch viele nehmen, hat den Nachteil, dass es die leichte Klebung von diesem Gewebeband anlöst und sich das Zeug ständig wieder löst, bevor es fest ist. Fürchterlich. Wenn man das ein bisschen anständig macht, ihr seht, ich habe das an strategisch wichtigen Stellen gemacht. Dann noch ein Roof-Skit oben drauf, damit dabei Dachlandung erstens ein bisschen stabiler ist und zweitens nicht gleich komplett zerkratzt alles. Und dann hält das Ding richtig gut. Ich habe schon ein paar Risse drin, klar. Da nehme ich dann tatsächlich Shugu und auch wieder den Finger drauf. Ein bisschen feucht machen damit, dann klebt das nicht. Und dann kann man kleine Risse, die anfangen, von der Seite sich nach innen zu fräsen, direkt mit Shugu wieder verkleben, von oben und von unten. Ja, ich habe dann hier irgendwo auch Shugu drauf, hier oben. Aber das ist eine Bescher-Karo. Also sie ist heil seit acht Monaten und ich benutze sie wirklich intensiv. Und gerade weil ich nicht so gut fahren kann, nutzt das Dach oder die Ruf-Skiz werden auch sehr intensiv genutzt. Ja, hält bisher. Da hat sie ein paar Risse hier vorne, alles mit Shugu wieder geklebt. Immer mal ein bisschen nachjustieren, läuft. Also bis die ganz den Geist aufgibt, geht noch ein halbes Jahr um und dann wird halt eine neue geholt. Weil, ganz ehrlich, ich finde Unbreakable-Karos uncool. Also ja, die sind Unbreakable, weitestgehend, aber sie sind einfach nicht hübsch. Man kann da keine richtigen Deckels drauf befestigen, das hält alles nicht so und irgendwie das Schwarz. Ich weiß nicht, ich brauche Scheiben und das muss ein bisschen schick aussehen und bunt und knallig. Dann mache ich mir lieber einmal im Jahr oder von mir aus auch zweimal im Jahr eine neue Karo, meine Meinung. Der Flügel, zu dem komme ich noch ganz kurz. Und das ist nicht der vom ET48, passt nämlich nicht, weil das andere Dämpferbrücken sind, sondern von einem EB Buggy von Techno. Baugleich sind die Dämpferbrücken dort, zudem vom MT410. Und die TKR-5226 Wing Mounts oder der Wing Mount passt perfekt. Normalerweise passt allerdings der originale Bumper dann nicht mehr, weil der genau die gleichen Schraubenbefestigungslöcher in den Dämpferbrücken benutzt, wie das jetzt der Wing Mount tut. Ich habe mir damit einen Trick geholfen, ich habe den einfach hier hinten umgebaut, also dieses Quetschestück ist normalerweise noch dichter an dem Wing Mount dran, beziehungsweise nicht direkt an dem Bumper. Ich habe quasi das Zwischenstück, was da eigentlich in der Anleitung noch zu sehen ist, was da hingehört, weggelassen. Habe dieses Quetschestück direkt an den Bumper gebaut. Und dann wieder mit meinem Kunststoff, mit meinem Selbstbau-Kunststoffteil, uah, ist das Ding schwer, Moment, hier so ein kleines Stück Plastik noch dazwischen gebaut. Da kann man es sehen. Und das Ganze stützt sich nur lose an dem Flügel ab. Ich musste da also nichts bohren. Es reicht aber für diese Bewegung hier ganz wunderbar, das aufzuhalten. Und jetzt habe ich quasi Flügel und Bumper. Sieht einfach besser aus, weil diese Käfer-Karo nun mal normalerweise für den Radstand viel zu kurz ist. Und ihr seht das so, die Radkästen sind viel zu weit vorne, also hinten, der ganze Hinterreifen sitzt viel zu weit hinten. Das sieht verdammt merkwürdig aus ohne Flügel. Und so hat das Ganze einen, ich sage mal, robusten Charme bekommen. Mir gefällt es optisch auf jeden Fall sehr gut. So sieht das aus. Jetzt noch zu den Dämpfern. Das wird ein bisschen kompliziert, denn da habe ich ganz viel rumgebastelt. Mir waren die originalen Dämpfer oder so, wie die original zusammengebaut und konfiguriert werden, tatsächlich irgendwie zu weich. Mein Problem ist, ich habe ja gar nicht wirklich Ahnung. Und die Leute von Techno haben das sehr wohl. Und alle fahren die Dämpfer so, wie sie sind und sind total begeistert. Und der Wagen reagiert wie ein Streckenfahrzeug. Und man kann damit springen und machen und tun. Mir waren die zu weich, weil ich habe den Wagen fallen lassen aus dieser Höhe hier vielleicht 20, 30 Zentimeter. Und der ist sofort durchgeschlagen. Na klar, muss ein Auto durchschlagen. Das tut meiner auch. Muss er ja. Sonst würde die ganze Kraft bei harten Landungen irgendwie in die Dämpfer, in die Brücken, sonst wo hingehen. Dann wäre ständig was kaputt. Ist mir völlig klar. Aber das, was mit diesem Auto gemacht wird, sollte doch dafür sorgen, dass er ein bisschen satter landet. Also habe ich angefangen rumzuprobieren. Ich habe die Stockfedern, das hier sind die, mit grüner Farbe dran, ausgetauscht gegen eine Nummer härter. Ich fahre die gelben. Das hat komischerweise gar nicht viel Änderung gebracht. Beziehungsweise, was heißt komischerweise, Dämpfung ist eben nicht Federung. Das habe ich auch gelernt mittlerweile. Ich habe dickeres Öl reingemacht, bis zu 900er. Und fand immer noch, dass das keine richtige Besserung gebracht hat. Und dann habe ich mir die Kolbenplatten angeguckt. Das sind die originalen 10 Bohrungen, 1,2 Millimeter Durchmesser, ergibt zusammen 11, irgendwas Quadratmillimeter. Und habe gedacht, was ist denn, wenn du eine mal kleinere ausprobierst? Kann man machen und dann wird es schwierig. Dann kommst du in eine Wissenschaft. Dann kommst du in Richtung Strömungslehre und du liest und guckst Videos oder liest Berichte, was das alles für einen Einfluss hat. Kleine Löcher haben anderen Einfluss als große Löcher. Viele Löcher haben anderen Einfluss als wenige Löcher. Viele kleine Löcher haben anderen Einfluss als große wenige Löcher. Und wenn es dann noch Kolbenplatten mit gemischten Löchern, kleinen und großen, gibt, dann wird es wirklich übel. Letztendlich wollte ich ja weniger Querschnitt haben. Ich habe mir solche Dummies hier geholt von Techno, die ich übrigens viel zu teuer finde. Die gibt es tatsächlich bei Bloomberg. Kannst du dir so einen Teflon-Satz holen mit vier verschiedenen Bohrungen für 6, 7 Euro. Hier kostet ein Satz von Techno so eine Dummies 25 Euro bescheuert. Was ich da gemacht habe, eigentlich bescheuert. Ich habe sie mir auf jeden Fall gebohrt mit acht Löchern und 1,1 Millimeter Durchmesser. Also deutlich weniger. Habe dafür das Dämpferöl wieder auf Stock zurückgewechselt. Auf 700er. Vorne glaube ich 750er. Und habe die gelben Federn drin gelassen. Und ja, ich habe immer noch keine Ahnung von Dämpferlehre. Aber mir gefällt das richtig gut. Der Wagen landet satt. Er schlägt nicht sofort durch. Erst so ab einem halben Meter Fallhöhe. Er hoppelt nicht beim Fahren. Er tut das, was ich möchte. Er landet mit einem sauberen Wupp. Bei einer sauberen Landung zumindest. Und ich kann über Acker und Wiesen fahren. Und ich weiß nicht, ob das ein tolles Setup ist. Ich bin noch nie Strecke richtig gefahren. Schon mal gar nicht unter Rennbedingungen. Aber mir gefällt das Fahrverhalten von dem Wagen hier. Gnadenlos gut. Ich bin total glücklich. Und das soll für mich an der Stelle reichen. Ich bin zufrieden mit dem Setup. Ein letztes Wort zu den Dämpferkappen. Viele packen die aus Alu drauf. Habe ich nicht gemacht. Eigentlich aus derselben Überlegung wie mit der Welle am Anfang von diesem Video. Mir ist sie noch nie abgeflogen. Keine einzige davon. Wenn sie das tut, dann ist mir eine Dämpferkappe abgeflogen. Die kosten in einem kompletten Vierersatz keine 10 Euro. Dann kommt halt eine neue drauf zur Not. Eine Alukappe, die diesem Druck standgehalten hätte, hätte die Kraft dann wieder irgendwo hin übertragen, wo ich sie vielleicht nicht haben will. Ich weiß es nicht. Viele schwören auf die Alukappen. Ich habe die Notwendigkeit noch nicht gesehen. Wie gesagt, bei all meinen Sprüngen und Fehllandungen ist bis jetzt davon noch nie was kaputt gegangen. Ich lasse es so. Und lasse mich überraschen, was passiert. Das soll zum Thema Dämpfer reichen. So. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, oder? Und das ist auch lang genug. Das ist mein MT48. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr fandet es nicht zu langweilig. Ich würde mich freuen, wenn ihr das eventuell in einem Kommentar verlauten lasst. Dann mache ich das gleiche auch nochmal mit dem Shogun, den ich für die Jungs gebaut habe. Vielleicht habt ihr Fragen. Auch die würde ich beantworten. Wie gesagt, alles aus der Sicht eines Anfängers. Das hier sind meine ganz persönlichen Erfahrungswerte. Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich liebe meinen Techno. Ich liebe ihn wirklich sehr. Und ich glaube, das merkt man auch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wann auch immer ihr den hier geguckt habt. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Genug gelagert. Gehabt es euch wohl. Gehabt es euch wohl. Gehabt es euch wohl. Gehabt es euch wohl. Gehabt es euch. Gehabt es euch. Gehabt es euch. Gehabt es euch.